Herzlich Willkommen zurück Leute, Fortnite Battle Royale mit Kunran, Kapuze und Alex. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo Kunran. Hallo Kapuze. Ich habe keinen gesehen bei uns. Im Truck ist es. Ja, ich habe es gesehen. Nimm es mit Kunran. Habe ich vor. Ich treffe ja was, aber ich werde halt einfach immer gefinisht und... Ne, das ist die größte Gefahr, die muss beseitigen werden. So sieht das aus. Oh, der hat einen AK. Der muss gut sein. Den mache ich fertig. Ich habe einen großen Schildkranken bei mir. Holst du den? Ich bin auch immer hier gerade abbaut bei mir. Ja, ich kann ihn holen. Also oben hier. Ne, zweites oben. Wo die Truhe ist. Ja, genau. Bei mir ist eine zweite M4. Ich droppe die mal durchs Fenster. Da wärs mal wieder, wo man da kann. Hunting haben wir auch noch hier unten. In der Toilette. Gegner genau vor mir. Low. Richtung Dingster da. Haus, Berg. Weder noch. Offenes Feld. Ich hab eine M4 aus dem Fenster geworfen. Habe ich noch einmal hier schon am Kämpfen geworfen. Und wo sind seine Mates? Du musst jetzt auch erstmal die graue M4 haben, sonst würde die nicht schießen. Meinst du, der ist hier drin? Ne. Denkt an, jetzt werden die leider auch finishen. Machen sie das so oder so. Sollte es noch ein Team geben. Sag euch Bescheid, wenn ich tot bin. Machen sie das so oder so. Machen sie das so oder so. Blaue M4 hier unten drin. Blaue? Graue. Graue. Wo waren die Letzten? Also weil ich, das kann gar so, als wäre noch nicht die Gefahr vorbei. Wir haben nur einen, oder ich habe ihn nicht mal gesehen, aber da war nur einer. Was ist denn das für blöde Lex, ey? Sehr unwahrscheinlich, dass hier keiner ist. In der Tankstelle war noch eine Kiste. Ja, also ich sehe auch keinen. Ich bin gerade auf dem Dach. Doch, ich sehe ein kaputtes Haus. Wenn es nicht so längen würde, könnte ich auch schießen. Blödes Bett. Ich habe nur einen gesehen. Shit. Ich hänge an irgendwelchen Dingern fest, ey. Was hat die sich jetzt eingebaut? Sind drin im Haus. Der steht draußen. Hat einen Hit gekriegt? Ja. Ne? Oh, kommt dran. Oh, ich habe einen. Ey. Alles gut. Ich wurde aber gerade von hinten beschossen. War das nur einer? Ich habe einen Dack für dich. Ich habe einen Dack für dich. Ja. Wo bist du? Ja, hier oben auf dem Dach. Ich trau ihn einfach schon mal. Ja. Wie kann denn der runterrutschen? Der ist ja super schwer. Ey, der steht hier an dem... Der ist... Er hat mich doch beschossen richtig. Habe ich doch was richtig gesehen. Bin mir nicht sicher, ob der auf irgendwen geschossen hat. Der lief einfach eben stumpf neben uns her. Hä? Was sind denn das für Gegner gerade? Beschwert euch nicht, ja. Jeder fängt mal an. Die wollte ich gar nicht haben. Graue Eier. Äh, grüner Eier. Äh, oh, Arigato. Aber das war jetzt einen? Zwei. Ja, okay. Das ist trotzdem nicht. Äh, der andere... Ja gut, der muss jetzt auch nicht mehr wegkriechen. Ich gehe mal ins Haus da ran. Von einer Shotgun Ammunition? Leider nicht viel. Fünf habe ich über so gesehen. Okay, ich habe sechs und neun. Das reicht schon. Okay, dann würde ich was nehmen. Dann kann alles losgehen. Dann kann alles losgehen. Hast du nicht gemerkt, wie ich dir gedroppt habe? Ich dachte, du bist halt einfach normal. Muss ja nicht drauf achten, ne? Wenn du gedroppt. So. Hast du mir eine Kugel halt nur gegeben. Da sind acht Kugeln drin, ne? Weißt du doch. Äh, gar. Dann hast... Achso, das heißt, du... Hätten auch für sechs Leute gereicht. So. Oh, ich hoffe, Microsoft trete es bald in den Griff wieder, ey. Hast du das Problem? Hast du das Problem? Das Spiel legt seit dem Update bei mir. Achso. Ab und zu. Also nicht... Ähm... So, als ob es kurz stehen bleibt. Einfach. Ja, ja, ja. Verstehe. Ich kann ja mal kurz was testen. Wenn wir das jetzt raus. So. Dann mach mal die Prozesse auf Höhe als normal. Circa 300 Meter. Kurz vor der langen Scheune. Läuft noch eine. Also mindestens zwei. Bauen da gerade die Scheune hoch. Äh, man... Genau. Auf der Scheune. Ja, genau. Zwei Stück sehe ich. Da... 165 haben sie so einen Cage gebaut. Auf dem chillen sie auf. King of the Hill mäßig. Bauen jetzt einen Käfig drum rum. Die haben was großes vor. Die haben was großes vor. Einer ist links. Oh, lass die mal machen. Die sind interessant. Ist wie so ein Tier. Wow. Hey, was ist denn da los? Wofür haben die... Guck mal, ich kann einen Kasten bauen. Oh, geil. Genau das werden sie sich gelassen. Oh, der ist aber heiß. Oh. Das hab ich gesehen. Ne, der war auch nicht heiß. Hä, was haben wir denn für Server heute erwischt? Super merkwürdig. Die Dudes. Die sind noch... Der eine war mega krass equippt. Haben wir... Zeug, was er dabei hat meinst du jetzt? Oder... Ja. Ne, was er dabei hat. Zweimal die gute Schotty. Aber vielleicht ein bisschen... Sniper-Mundi, Shotgun-Mundi. Ich hab nämlich neun und sieben. Ja, Sniper hab ich. Nein. Warte, Sniper... Ne, hab ich nicht. Liegt bei mir. Okay, Alex. Hier oben in diesen Kasten, den die gebaut haben. Ich guck mir grad die Konstruktion an, die ist gar nicht so schlecht. Und einer noch Medikin mit? Ich hab... Haben wir noch eins? Ah ja, hier. Die ist gar nicht so dumm, was wir hier gebaut haben. Und Richter für Granaten. Ja. Wie viel Muni hast du kaputt? So weit draußen. Ich hab zwölf Muni von der Schrotflinte und siebzehn Sniper. Ah, danke. Shotgun-Sniper-Lied. Danke. Da lag auch ne Sniper, aber die tun wir ja genug. Oh ja. Ja, den hab ich. Der hab ich gekriegt. Hier hab die Rifle. Wetten wir, die Kiste unten ist noch da? Oh, die ist nicht da, schade. Hm. Ich bin doch einfach fähig. Äh, ich hab ne Falle in Factory eingedownt. Und dann schnell zur Factory. Es ist weit weg Factory. Wo sind wir? Ja, ja. Schon weit weg. Aber vielleicht auf Neue. Und jetzt das C4 zünden. Oh, das war schön. Geht es aber so, dass die Falle nicht kaputt geht? Also das wär mal interessant. Geht das? Habe ich den wirklich in... War das Factory, wo ich die gelegt hab? Ja, hast du. Also das macht man so nebenbei immer. Ja, das gehört beim Vorbeilaufen. Den Grundrahmen mit seinem Ingenieursohr. Da kann man dir nix vormachen. Ich muss kurz wieder was testen. Okay. Und was hast du getestet? Ja, einfach ob du... Also ob du einfach wechseln kannst. Ja, die ist schon schneller beim Wechseln. Aber auch nur minimal. Also wenn du zu viel Munition dafür hast, darfst du mir noch nicht um... Naja, ich hab dir extra Muni gedroppt. Ja, deine war schon wieder alle. Die hab ich schon weggebracht. Die eine Kugel da. Links von mir, links von mir Klaus! Festen! Hinterm Baum. Du Schwein! Aber wie er mich erschreckt hat. Ich bin richtig sauer. Alter. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade... Ach, einen Shotgunschuss hatte der. Das ist ja toll. Tunen haben wir schreckt. Haben wir kleine Schilddrücke? Ja, die sind gerade rausgerannt. Sind gerade rausgerannt aus der Factory. Sind also jetzt erst wieder fällig. Mann, wie läuft der denn? Och, Mann ey. Hat nicht gecheckt von wo anscheinend. Da hinten ist auch noch einer. Sehr lustig aus, wie die da hinten rumhüpfen. Ja. Wo ist der Typ, der nach links weggerannt ist? Oh, direkt vor uns. Ja, close. Wie weit? Bis down, bis down. Genau. Oh, noch einer. Noch einer genau vor mir. Wo? Genau vor uns. Ja, das sind mehrere, oder? Ja, das ist nicht ein Team. Der eine ist down. Vorne, vorne. Der bot sich rammt. Da ist er an. Da muss er sein. Da vorne. Kommt jetzt los. Ich glaube alles bei dir. Du bist der nächste dann seht. Wir haben hier mehrere Teams. Hinter dem Baum muss er sein. Mach den Baum weg. Ach, scheiße. Ich hab nicht so viel Muni, denk ich. Vielleicht grad. Was? Komm ran. Du kommst nicht auf dein Jump Pad. Kona, klasse. Och. Was ist das? Kona, darf ich ein bisschen looten? Ich hab nichts. Ich hab keine Shotgun Muni. Kapuze. Das ist ja nicht so schön. Da kann ich dir was abgeben. Ich hab immer noch keine Shotgun Muni. Ja, ich hab 60. Du bist doch schon wieder drüber gelaufen, ey. Der hatte wieder einen Schuss. Ich bin... Ich dropp dir was. Ich hab 100 Schuss. Danke. Ich hab 63 AR. Wir können das Jump Pad von denen nehmen. AR dropp ich dir, Jones. Hier bei mir. AR hätt ich sonst auch abzugeben. 237 AR. Ja, gib ihm mal 50 oder so. Jo, mach ich. Äh, hast du von uns? Ja. Weit weg. Ähm, hinter dem Berg. Weiße, der Baum, der Baum. Ach, fuck it. Ja. Oh, fuck, oh. Ich boin weg, ich boin weg. Ist weg. Ja, laufender. Komm, komm, komm. Oh nein. 30, 60. Bauen die wegen euch oder? 30, ja. Alle einmal angeschossen. Alle haben Schild. Alles gut. Oh Gott, aber auch noch eine Treppe über mir. Alle haben mindestens 30 Damage bekommen. Einer ist down. Das ist unser Zeichen, Jungs. Wird gestürmt? Ja. Wird gestürmt? Wird gestürmt? Wird gestürmt? Ja. Alter, ballert der. What the fuck, was war das? Ich geh down, ihr müsst mich aufheben. Alles gut. Habt ihr was zum heilen? Die Zone geht glaube ich noch. Bin mir nicht sicher, ansonsten. Guck nach Jump Pads. Fuck it. Keine Bandagen. 15 hab ich dir gedacht. Liegen da. Ja, doch. Laufen, laufen, laufen. Ich werd's nicht schaffen. Und dann hast du Bandagen. Ich hab'n Medikit, das reicht. Okay, du hast'n Medikit, ja. Ich hab'n 12 Bandagen, also wir kommen nur durch. Ja, wenn du mir nicht droppst, komm ich nicht rein. Ich dachte du, weil Alex hat ja auch nicht droppt. Ich hab'n 6, aber die rest' ich in ein paar Sekunden schon weg. Okay, pass auf. Sag, wenn du stehen bleibst, dann bleib ich mit dir stehen. Ich bleib'n wach du. Du kannst sie droppen, ich heb sie auf. Ich werd' mich nur einmal komplett versuchen gegenzuhalten. Okay, okay, okay. Hopp, 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 hopp. Hast du gesehen? Ja. Ja, ich komm schon dran vorbei. Ihr müsst mich gleich nur aufheben. Ich lebe jetzt noch 30 Sekunden. Ich dropp hier nochmal Bandagen für dich. Vier Stück liegen hier oben. Ja. Soll ich die mitnehmen, oder ich schaff's noch, Dalu? Ich schaff's noch, ich schaff's noch. Okay, weil ich hab'n jetzt auch nicht mehr viel. Heilt' ich doch nicht. Ne, ich hab'n noch Bandagen 6, aber ich schaff's noch in die Zone. Ich werd' mich jetzt wieder heilen. Rauss ums direkten Kassen, Alex, danke. Ich dropp ein Medi-Kit hier vorne. Äh, kann Dalu nehmen. Schaffst du noch? Lalu, kommen sie rein. Ich muss mich immer wieder gegen heilen. Ich komm' nicht weit, sonst. Wer will die, wer nimmt das Medi-Pack? Dalu. Wird am nächsten Leben haben. Ja, ja. Kommen sie rein, Lalu. Die Zone ist hart, hab ich gehört. Ich hab'n Minischild für Dalu und Kapuze. Ich hab'n Minischild für Dalu und Kapuze. Ich hab'n Minischild, könnt ihr euch aufteilen. Ja, ich dropp. Dankeschön. Sehr gerne. Machen wir mal kurz rein, dann gucken wir, ob hier noch Medi-Kids liegen, weil hier Tote sind. Da ist noch eine Banage Dalu und nimm die mal mit. Ne. Alex macht keine Dummheiten. Waja, ist von uns noch hier alles. Hat jeder Minischild? Ja, ne? Ich hab' zwei Minischild noch in Reserve. Ja. Ja, ich hab' auch noch drei. Alles gut. Haben wir noch überlebt. Ich will unbedingt in der Aufnahme gucken, womit der eine mich niedergeschossen hat. Ähm, es sind 240, äh, also close. 100 Meter. Ich baue dich auf den Berg jetzt hoch. Ja, Westen. Denk dann nicht in der Zone. Also alles andere als in der Zone. Einer ist noch oben auf dem Berg drauf, Alex. Jo. Hast du gesehen, okay. Helft mir mal mit. Da sind drei Leute. Einer ist down. Ja. Moment, ihr schießt auf die, dann Westen sind noch welche näher dran. Genau. Auf nem Berg. Direkt Westen. Zone? Ich dachte auf die schießt er. Komm' ein bisschen mit, Alex, am besten. Wo bist du denn? Also weiter Richtung Zone. Ah, die bauen sich die ganze Zeit ein, wir kriegen die nicht. 7 Sekunden bis Zone. Die müssen da ja weg. Also jemand auf AR? Die schießt jetzt auf mich. Ja. 45 AR. Oh, ich hab 67. 149, 279. Ich glaub, die springen mit nem Jump Pad. Dropp dir gleich 100. Sobald wir in der Zone sind, dropp ich was. Sniper? Ihr? Ja, ich. Die schießen auf mich, deswegen schieß ich zurück. Ich glaub, die spenden. Einer ist wieder down davon. Hat er davon. Der wird nicht mehr aufgehoben. Ey doch, der Enis kann zurückrennen. Der Enis kann zurückrennen. Der Enis kann zurückrennen. Zone kommt. Und die macht jetzt 4 Damage pro Tick. Wenn der auf mich schießt, muss er damit rechnen, dass er nen Headshot kriegt ey. Frechheit. Na komm. Funktioniert das? Äh, Westen kommt aus Norden. Norden, 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 Norden. Sehen uns. Okay, ich komm trotzdem mal in die andere Richtung. Norden baut sich da hinten ein. Der scheint alleine zu sein. Wir warten noch den Kampf ab. Ja, ich hab noch nicht gesagt, wenn du hier bist. Jetzt sind sie oben auf dem Berg. 35er Schild, 34, 34er Schild? Oh, sehr locker. Ich hab auch 10, ey. Einer rutscht tief. Der hat, lol, der hat den Headshot ausgehalten. Krieg ranfall. Haben einen Hit gegeben, den Rechten. Ganz rechts. Er ist außerhalb der Zone jetzt. Wegen dran die Zone. Einer ist noch oben, der muss aber gleich. Ja, der läuft. Er bot sich zum Haus, er bot sich zum Haus. Shit. Okay, ist er, er hat jetzt Kraft, ist er jetzt in der Scheune drin. Ist er jetzt, ne, Moment. Noch nicht. Muss er raus. Lass die mal wegpushen, die Nerven. Ja, die hier vor uns, ne? Oh, einer ist close vor mir. Am Baum. Da hinten ist der, da hinten ist der. Der close hat kassiert. Hab ich. Der hatte nix mehr. Äh, pass auf. Osten ist einer. Der könnte uns in den Rücken fallen. Böse in den Rücken fallen. Hab nix mehr zum Heilen, leider. Boah. Shit, das war meiner. Hinter uns jetzt. Ich seh ihn wieder hinten. Ja, einer noch hier irgendwo? Nee, du hast mich genervt. Stürft. Wo sind die? Hier ist doch keiner mehr. Einer muss hier doch sein. Osten ist, ich seh ihn, ich seh ihn. Der hinten ist hinter uns. Ja, ja, wir meinen aber das Team, was wir hier gerade angegriffen haben. Da fehlt noch einer. Der war irgendwie nicht dabei. Achso, okay, okay. Wir haben drei Stück von denen gekillt jetzt. Das war ne geile Double Pump Action. Tot. Oh ja, ich hab ihn gekillt. Nein, du hast ihn gedownt gekillt. Ich such halt ein Redipax oder sowas. Mini Schild hier, Alex. Nimm den Mini Schild dann noch mit. Ah, ja. Äh, nochmal. Also ich sag nur... Immer aus dem vier Stück. Bandagen. Bandagen, Alex. Mini Schild kannst du droppen. Ich kann sie auch weiter mitnehmen. Und der im Osten hat aber auch vielleicht aus dem Süden geschossen. Also das Ding ist, das werden mehrere sein. Mal kurz, wollt ihr mit rein kapuze? Ich auch. Da hinten war er da drin, da drin war er. Ist er immer noch drin? Rechts von uns, Süden. Genau. Auf den hat er geschossen. Im Wald. Und der eine, der alleine war ein Twitch Skin. Vor mir im Wald. Ja genau, in dem Wald. Von links ist er reingelaufen. Wird beschossen. Die schießen nicht auf uns. Droht. Ein Gegner nur noch. Ja. Real wacker. Da muss er auch dahinten sein, oder? Ja. Oh, ist er auch. Ah. Oh shit. Huiiii. Heute gibts ne gute Action hier, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Wir moins ein Like da. Wie viele Kinder habt ihr denn? 6. 5. Einen 7. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut mal an dem Verweis. Dann macht's gut. Chaah Tschüüüüüüüüüüłącz. Bis zum nächsten Mal.